herzlich willkommen zu diesem neuen jürfmann kanal und heute habe ich mal ein bisschen in meiner steam bibliothek rum geguckt und ein altes spiel von 2014 gefunden wo ich sogar mein aller 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 erstes pc game war was ich mir selbst gekauft habe und ja das heute mal spielen und klicken auf neues spiel und ich denke dass ich das game aufgeben weil ich so dumm war spielstand zu laden habe ich meine hey sie muss die ganze zeit immer von vorne spielen random media presence wirklich nicht von wer das ist aber ok ok dann so ich hoffe wir passen ganz umgestellt und wenn diese schönen fahrzeug ist meins aber hier rein ok klospielung betätigen geht schon mal so weil ich von denen ist mein fahrzeug florian 6 muss nicht das hier sein kann ich als diese steuerung ist so hardcore die maus empfindlichkeit ist schon fast runter gedreht als staub hallo ich bin im auto drin ist das so gang geht es mir einfach die polizei wegkramt der polizei ok gut ihr falsches game so mit ramm ich euch mal weg ja ich habe wollte doch in die richtung fahren so weißt du dann dann fahren wir doch auch jetzt auch mal in die richtung so kommen hier ist bestimmt die richtige richtung so so da verpiste ich hin alter jetzt qualmt ok da ich war schon ein bisschen ist bis ich kenne den anfang tatsächlich schon aber ich bin ich auch immer drangeschaltet bis ich in youtube schon geguckt habe ich bin immer mit feuerlöschern daran gegangen aber für feuerlöscher waren zu schnell leer das feuer ging nicht aus und bis ich dann erst mal drauf gekommen bin oh ich kann ja mir einfach wozu gibt es hier schläuche und alles gut ich könnte mal das so machen ouch also ich bin bester fahrer ever und ich habe massig zeit und wenn ich mir auch nehmen mein fahrzeug gescheit zu packen so machen wir noch schön beides aus hier ich habe so viel massig zeit wenn das dann nach das doch schnell hoch sondern würde ich mich den schlauch ja die schlauch gegrabt hinten ran gemacht und wasser marsch schon alles da gelöscht schüttt hallo so machen wir die klappe hier runter zurück und da kann ich nicht einstecken ok so erst muss ich noch zurück zur wache fahren warm weg mit dir und man merkt wirklich dass das ein game von 2014 ist also die graf ist schon auf maximum hoch gedreht und sieht trotzdem noch schlechter aus die grafik und auch die flexibilität und alles oh spielstand wurde ab perfekt wurde gespeichert das ist eigentlich f8 für eine kamera ok so eine f5 was ist das hier ah dann nehme ich die hier einfach kaum schön im ego mode oh mein gott das ding schlingert richtig meine wassertank ist zwar noch kommentvoll aber ok man finde ja nett dass du mich grüßt hier let's play kollegen dann fahre ich jetzt einfach wieder hier rein wo ich rausgekommen bin ey nicht im ernst die haben mich im ernst das ding wieder zugemacht alter aber ich habe gehört es soll hier auch ein hochdruckreiniger geben oh mit dem würde ich das auto gerne mal abspritzen haha ok gut ich halte ich habe jetzt hier den hochdruckreiniger ah du bist nass alles senkrecht ja alles senkrecht alter dieses modeling kann das nicht die alle gleich aussehen nichts zu tun doch die haben was zu tun die in deine nästige Fresse reinzuspritzen ey ja hier ich fasse auch mit dem hochdruckreiniger in die richtige Fresse rein alter tschüss ah jetzt bin ich im muscle raum damit ok dann hier die muscle maschine und nochmal einmal komm letztes mal noch grillhütte brennt ok ja oh geil da kann man sich was kaufen hab ich das gesagt ey wo steht mein fahrzeug glaube ich oder nein ey wo steht mein fahrzeug fuck 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 und die biegen nach vorne ab ok Musik finde ich jetzt gut gemacht oh hmm gut das heißt ich würde die 10 gefeuert jetzt schon wieder warum werde ich nicht immer gefeuert ich würde denken alter 2014 ey ich kann aber nicht mit diesem WASD fahren ey ich brauche mein Lenkrad aber das wird hier natürlich nicht erkannt ist ja ein 2014er game Mahlzeit 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 ja mhm noch öfters kannst du nicht Mahlzeit schreien oder ah da kann ich mir eine Schicht beenden kann ich ihn auslösen gut dann würde ich sagen warte ich jetzt nochmal ein bisschen auf den nächsten Einsatz also selbst und dieses hässliche Abo-Ding ausgemacht weil irgendwie stört mich das schon ein bisschen ähm das finde ich sehr creepy ich versuche hier gerade zu kacken und du kommst hier rein ok ich habe irgendwie ein bisschen Angst kann man die Tür nicht noch irgendwie schließen egal ja man irgendwie sowieso so mich irgendwie so eine Ewigkeit später spülen wir hier einfach mal äh so dann schön die Hände waschen ich höre erstens mal kein Wasser zweitens ist es einfach nur Nebel drittens ist das Waschbeckenkommel angegammelt i so dann würde ich sagen gönnen wir uns mal hier so eine schöne nicht lesbares Getränk äh betrug betrug ey der Automat schluckt mal ein Geld hallo Chef Chef Chefin was weiß ich bist mein Chef oh 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 der Spannart aber richtig der Spannart doch ich hab was zu tun das war dir in die erste hessliche Fresse reinzuschauen alter äh schauen schlagen gut es brennt schon wieder ich komm hier nicht aus der scheiß Tür raus hallo ja ich beeil mich doch schon du scheiß Arschloch alter Florian 6 an deine hästige Mutter melde Einsatz angenommen wo ist mein Fahrzeug schon wieder hä ja sorry ach stimmt das hab ich da draußen geparkt so dieses mal fahren wir schön langsam um die Kurve damit wir nicht wieder hinfliegen so mit nur mit 100 kmh um die Kurve naja ich bin schneller ich bin schneller komm bitte 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 ich will meine Position nicht verlieren äh wo sind die okay oh die sind nicht schon wieder im Ernst jetzt am direkten Zinn am Einsatzort ey so nächste ab okay so und dann die nächste wieder ab okay ähm mal gucken ob ich in 3 Minuten schaffe am nächsten Tag wollte ich es laden war mir dann zu blöd nochmal alles von ganz vorne zu zocken und dann hab ich mich halt dafür einfach entschieden es zu lassen und auch das war noch beim alten Steam Account und da vorne haben wir den Brandort alter dip 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 ups wollte ich nicht sorry ausgleichen so jetzt wieder hier das hier öffnen das hier öffnen das Ding natürlich schon ausgefüllt so weit ist es jetzt natürlich besonders hilfreich von wie alter ich hab einfach keinen Schlauch mein Schlauch verschwindet in der Erde ja das ist ein Kleinbrand würde ich mal sagen warte fangen wir hier an das Feuer zu isolieren nehmen wir erstmal die Bank schön ablöschen sonst noch was ah dann machen wir das fangen wir an hier das Ding da bricht irgendwas ein aber es ist nichts zu sehen von diesem Einbrauch ok es könnte eng werden vom Wasser her wow ok warte blablab jawoll nein ich bin definitiv dich motiviert bei diesem schlecht motivierten schlecht motiviert alter ok Rettungsdienst gilt es auch für deine Funktionalität da oben im Hirn alter eine Frage Chef 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 die sehen alle gleich aus na egal und ich würde sagen das war es mit dem heutigen Video macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao Leute